Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu MyTime mit Porsche. Heute ist Wintersonnenwende, das heißt wir müssen schon mal Essen einpacken. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob wir fertige Gerichte brauchen. Oder ob wir Zutaten mitbringen sollen, ich bin mir unsicher. Ich werde glaube ich mal beides einpacken. Diese Musik ist viel zu fröhlich für mich. So, das Ding ist fertig. Dann bauen wir doch... Wir brauchen zwei davon, ne? Warum habe ich denn jetzt... Achso, weil die noch nicht platziert sind. Okay, wollte gerade sagen, warum steht da noch 0 von 2? Aber ja, ist okay. Okay, Zement dann... Zwei Stunden bis Wintersonnenwende, ja, ja, das ist ja okay. Wir können auch nochmal durchaus 10 Eisenholz-Deal machen. Auch das finde ich ziemlich super. Du musst erstmal nichts machen eigentlich. Du kannst es nicht. Aber du kannst es, ne? Ja, wer weiß, wozu wir noch Eisenholz bauen. Ich glaube, das langt erstmal. Wir brauchen hier, glaube ich, nicht so... Na, wir brauchen schon acht Stück. Ich weiß ja nicht. Wir sortieren erstmal allen Stuff. Dann brauche ich nochmal... Oh, haben wir genug Platten? Oh Gott, ich denke nicht. Die Tasten habe ich gesucht. Ich weiß gar nicht, braucht mir das beides? Was fehlt denn da jetzt noch? Ah, das ist Aluminium, nicht die Platten. Okay. Ich würde mir gleich mal merken sollen, wie viele das sind, aber egal. Passt schon. So, ich werde wahrscheinlich gleich total ausrasten, wenn ich mir die Kosten von dem Fließband angucke. Ähm, Essen. So, können wir einfach die Kuh mitnehmen? Ist das okay? Ich denke, das wird reichen, oder? Also, muss jetzt mal reichen. Wird schon. Sonnenwendefeuertopf. Ach ja. Morgenröte Rosenkranz, da war ja was. Vom Rathaus. Porsches Hafen mit Hilfe von Herrn Musa. Kapitalanlagen zu verbessern. MINT-Projektmanager ernannt. Und Argen Gebor wird für dieses Projekt in die Tat umsetzen. Unser Ziel ist es, auch größere Schiffe im Hafen zu empfangen. Kann auf das Ergebnis kaum warten. Bitte rede mit MINT. Der wird viele Aufträge für dich haben. Äh, perfektes Timing. Das war so klar, ähm. MINT! Wo finde ich den Lutscher denn? MINT, MINT. Oh, ich glaube da hinten ist die Party, oder? Und dann kommen wir ja mal Zeit. Wir gehen zu Fuß dahin. Hm. Wenn wir so viel Zeit haben. Scraps. Heyo. So, läuft ein MINT hier irgendwo rum? Wintersonnenwende-Tutorial. Emilys Marktstand. Hier kannst du Nahrungsgegenstände kaufen. Die Schärfe des Feuertopfs... Äh, achso, das ist die Anzeige. Je stärker sie wird, desto heißer wird es. Rüste den Nahrungstyp in der Schnellleiste aus. Nähere dich dem Feuertopf und eine Option wird erscheinen. Das Symbol auf dem Kopf dieser Person zeigt an, dass sie Kopfsalat im Feuertopf haben will. Niemand schmeißt Salat in den Eintopf. Aber okay. Wenn du Kopfsalat in den Topf hörst, verbessert sich deine Beziehung zu dieser Person. Du kannst zum Fest mal teilnehmen, nachdem du zehn Nahrungsgegenstände hinzugegeben hast. Das Essen wird einige deiner Fähigkeiten für begrenzte Zeit verstärken. Okay. Cool, das heißt, wir können auf jeden Fall nicht die fertige Nahrung da reinpacken, schätzungsweise. Danke, ihr alle, dass hier heute geteilt sind. Bevor wir beginnen, ich erhebe den Minister Lee, um uns eine Sermon zu verbringen. Minister? Danke, Gail. Na, schön, dass alle hier auf diesem sehr kalten Tag haben. Ich werde es kurz halten, weil die Schmerz so gut ist. Jango, du bist gut an das. Ich werde dir die Geschichte erzählen, wie die Winter Solstice-Tradition angefangen hat. Oh, bitte. Ich werde es kurz an, in der Schmerz so gut an, in der Schmerz so gut an, in der Schmerz so gut an. Viele Menschen sterben. Auf einer besonders kalten Winter Solstice, ein paar von den Schmerz so gut an, um es warm zu halten zu halten. Als einer von ihnen plötzlich gesagt hat, ich habe noch eine Karte Bohnen. Lass uns das aufheben und es mitlesen. Jemand hat sich mit dem, das nicht genug gesagt hat, ich habe noch ein paar Muschröme. Lass mich das auch in die Schmerz so gut an. Einer nach der anderen. Die Leute verabschieden, was sie verlassen hatten. Und Gail so... Wow, ich habe diese Geschichte schon 300.000 Mal gehört. I'm dead inside. Nachdem sie fertig waren, war der Pott voll von wunderbaren und füllenden Dingen. Diese Leute verabschieden und lachen und fanden, um diesen Tag zu überleben. Und den nächsten. Und den Tag nachdem. Bis der Sonne endlich rauskommt. Selbst wenn wir jetzt bessere Zeiten sehen, müssen wir uns daran erinnern, was uns durch die dunklen Zeiten geführt hat. Wir haben uns, was wir hatten, uns helfenen und zusammen haben wir unsere heutige Welt möglich gemacht. Also bitte, das nicht vergessen. Gott sei Dank. Danke für diese wunderbare Sermon, Minister. Jetzt, alle, lasst uns das, was wir haben. Also ich möchte dem Sprecher nicht zu nahe treten, aber für einen Prediger oder Pfarrer hat er halt einfach nicht... Was stimmt mit der Klamotte nicht? Irgendwas ist hier komisch. Hat er halt einfach nicht genug Drama in der Stimme. Und auch für so eine... Für den Anfang, was ja so eine dramatische Geschichte war, so allen ging es schlecht und es war kalt und alle mussten sterben. So ungefähr war es halt so... Und es war sehr, sehr kalt. Also... Huh. Okay, cool. Äh, wo ist jetzt der Stand? Ah, da hinten. Ach Gott. Ich nehme das Logo weg. Ich sehe nicht, was die drin haben wollen. Ich schmeiße erst mal Rauchfleisch rein. Kann ich das nicht? Okay, die wollen so einen Pilz haben. Alles klar. Können wir es kaufen. Cool. Ich will auf jeden Fall Chilis da drin haben. Fleisch hätte ich sogar mitnehmen können. Ah, ich muss das auch noch machen, wenn die... Oh, wow. Du willst einen Stein da drin haben? Was stimmt nicht mit dir? Okay, ich kaufe jetzt mal von allem irgendwie was. Was ist das? Er will echt Stein Salz da drin haben. Bestimmt nicht mit dem Mann. Karpfen kaufe ich sicherlich nicht. Okay, Salz in der Suppe geht klar. Eigentlich will ich gar nicht so viel Geld ausgeben, aber passt schon. Das ist Zimt. Lass da auf jeden Fall mal Zimt reinschmeißen. Spitzenidee. So, von allem was. So, wer möchte noch was haben? Leute, sagt mal an, was ihr haben wollt. Keine mehr... Okay, du willst ein... Alter, das habe ich alles nicht. Den nicht mal normale Wünsche haben. Äh, hier, Moment. Du willst die Beere haben? Trägst du? Oaks möchte Fleisch haben. Bekommt er. Noch jemand irgendwelche Wünsche? Fleisch. Can do. Nein. Auch das ist machbar. Ist das so scharf? Ach, stell dich nicht so an. Morgen scheißen hier alle alles voll. Ich sehe es kommen. Jetzt finde ich ein bisschen hoch, Chili zu kochen, ne? Aber da müsste ich halt nochmal einkaufen und es geht halt gerade nicht klar. Äh, ich habe leider noch Steinsalz dabei, May. I'm sorry. Äh, du willst so eine Runkelrübe haben? Can do that. Schichtenkarotte. Okay, ist das nicht der Fisch aus Ariel? Den tue ich da jetzt nicht rein. Ein bisschen gruselig. Alter, können die bitte nicht so viel Fisch da reintun? Das ist voll reudig. Ähm, wann, wann kann ich das essen? Muss ich das essen? Kaufe jetzt nochmal die restlichen Chilis. Da muss noch ein bisschen Bums rein. Okay, nass. Okay. Okay, und das war jetzt... Ist das jetzt alles? Äh, du willst hier so ein Gerüst haben, ja. Das war Dolly, ich dachte, das wäre Remington. Na, schade. So, und für Toby schmeißen wir nochmal ein bisschen Wunder mit rein. Keine Ahnung, kann ich... Kann ich so ein ganzes Ding da mit reinpacken? Nee, ne? Ich schmeiß das jetzt einfach da rein und dann ist gut. Ich glaube, sie haben Hot hier teilweise einfach mit Heiß übersetzt statt mit Scharf, was einfach nicht so clever ist. So, cool. War es das jetzt? Oder passiert hier noch irgendwas? Das ist halt super lame. Verbessert das irgendwo meine Stats? Sehe ich halt nichts von hier. Wow, ich habe 35% Crit-Chance für... Wow. Zweieinhalb Minuten noch. Das ist unfug. Okay, es ist halt schon eher lame. Okay, es ist jetzt aber auch vorbei. Cool. Wo ist denn der Doop, mit dem ich eigentlich sprechen muss? Wo laufen die jetzt alle hin? Ich habe das verpasst. Was machen wir jetzt? Was ist hier jetzt so der Deal? Starren wir jetzt alle diesen Kackhaufen an? Schneeballschlacht? Schon wieder? Hi! See you! Aber hatten wir Schneeballschlacht nicht schon? Eigentlich will ich mich da gar nicht anmelden. Und wo mache ich das vor allem? I don't get it. Also ich kann mich hier halt nicht anmelden. Ich kann mich hier nicht anmelden. Keine Ausrüstung geeignet. Ja, schade. Okay. Ich verstehe es nicht. Aber wo ist denn eigentlich Mint? Wenn ich mal so fragen darf. Das wäre halt ganz cool, wenn man sich irgendwie einfach anzeigen lassen könnte, wer wo ist. Ich meine, wenn ich mit Mint für meine Quest reden soll, dann... Wäre es halt ganz gut, ungefähr zu wissen, wo er ist. Just saying. Okay, wir machen halt keine Schneeballschlacht. Scheiß drauf. Wir machen wenigstens noch irgendwas Sinnvolles heute. Gehen wir nach hier hinten. Im Krankenhaus oder beim Arzt müsste Mint ja eigentlich nicht mehr sein, oder? Ist das da unten? Bestimmt. Wee! Ah! Da ist es. Sagen Sie so, wait. Was ist hier passiert? Okay. Das ist fancy. So, dann muss da das Getriebe und das Förderband hin. Oh Gott, das wird halt arschteuer. Was kostet denn das so? Förderband-Lagerungen. Oh Gott, die hätten wir direkt mal machen können. Gummibänder können wir, glaube ich. Ah, haben wir genug Sulfahrt? Ja doch, Sulfahrt haben wir genug. Lagerungen könnte interessant werden. Muss ich mal gucken. Haben wir... Können wir machen, glaube ich. Ja, das geht alles. Das wird halt teuer. Aber das geht. Die Lagerungen brauchen jetzt halt eine Weile. Komm mal runter. Junge. Wobei der Bonus, den ich hier hatte, der hätte auch davon kommen können, dass ich habe ja zwischendurch hier eins von den fertigen Essen gegessen. Whatever. Okay, vielleicht habe ich den Feuertopf auch einfach nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Können wir hier bitte eine Treppe hinbauen? Ich habe keinen Bock mehr auf den Aufzug zu warten. Ich gucke mal hier oben hin. Vielleicht eiert ein Mindy ja hier noch irgendwo rum. Wobei, da ist jetzt halt locker zu, oder? Ja, schade. Wo auch immer Minzig rumtreibt, ne? Naja, vielleicht morgen. Vielleicht lieber morgen. So, wir müssen auf jeden Fall hier mal Lagerungen in Auftrag geben. Ach, easy. Wie viel brauchen wir? Neun? Schaust du auf, mache zehn. Pass schon. So, musste ich... Nee, Moment, die Flaschenzüge musste ich einem anderen Ding machen, ne? Äh, Montage-Session. Äh, Montage-Session. Dann machen wir doch erstmal das Ding. Arbeitstisch hier bauen. Gut, dass ich statt Zement nicht gerade Zimt gelesen habe. So, wir brauchen... Easy 5 Stahlrahmen. Ähm, kann ich denn davon nur einen machen, ach so, weil ich nicht genug Lagerungen habe. Aber wir brauchen nur noch eine Lagerung, dann können wir... Okay, dann pflansche ich doch da den Rest schon mal ran. So, vier hartes Alu. Das kriegen wir hin. Äh, Blöcke? Blöcke? Barren heißt es, nicht Blöcke. Äh, Barren sind hier. Da geht der Zement auch mal rüber. Und wir brauchen vier hartes Alu. Äh, Crafting... Crafting 2, kriegt mal das Teil. Okay, verbessert der Motor zweimal. Auch den finden wir. In einer der zahlreichen Technikkisten. Das ist der. Zwei Stück davon. So, und ist dann vielleicht schon... Ah, die brauchen voll lange, ne? Oh, die brauchen halt richtig lange. Hm, Umbälen. Wie spielt haben wir es denn? Geht so. Wenn das noch fertig würde, das fände ich ja ein bisschen sexy, ne? Also zumindest einen Teil so. Ich könnte die wahrscheinlich auch hier drauf platzieren und dann darüber betreiben, oder? Komm, hier hat ein bisschen Honig. Warum bist du voll pissig, Alter? Grumpfi, ey. Ist einmal nicht so ein Aas. Meine, es schneit hier halt wie Sau und du kannst den ganzen Tag im luftigen Stall bleiben. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht bräuchte ich einen cooleren Stall. Das finde ich total super von dir. Immer noch keine fertig. So, Ewigzeit habe ich nicht mehr. Wie lange brauchen die? 3 Stunden 30. Damn. Aber da müsste doch einer bald mal fertig sein, oder? Also, das läuft doch locker schon über 2 Stunden. Nein, ich würde das gerne noch fertig machen. Ah, was brauchen wir denn nebenbei noch hierfür? Stahlrahmen, 4 Stück dann noch, weil einen haben wir. Mehr Lagerungen, okay. Das passt ja dann ganz gut. Und 6 Gummigriegen können wir schon mal machen. Können wir nicht, was fehlt. Qualitätsleder. Qualitätsleder. Okay, Stahlrahmen, dann halt. Was habe ich gesagt? Wie viele brauchen wir? 5? Also, ich mache auf jeden Fall nur 5. Stahlkabel brauchen wir dann. Hätte ich das in die Technikkiste getan? Wo habe ich denn jetzt diesen einen verkappten Rahmen hingetan? Habe ich das weder in Crafting noch in Technik getan? Die Kabel haben hier übrigens nichts zu suchen. Die gehören in die Technikkiste. Hier, Beute, warum habe ich das in die Beute... Hä? Da muss ich mich echt verklickt haben. Das in die Beutekiste zu tun war schon mal richtig sinnlos. Alter, ist sie noch nicht fertig? Jetzt aber. Meine Güte. So, fertigen. So, bitte danke. Okay, cool. Das ist fertig. Und dann brauchen wir noch ein Förderband. Auch das machen wir. Sind hier noch mehr Stahlkabel ran oder waren das jetzt alle? Das waren alle. Stahlrahmen. Aber wir brauchen nur 5 Stahlrahmen. Das heißt, wir haben einen zu viel. Das heißt, ich hätte den gar nicht suchen müssen. Richtig gut gemacht. Nichtsdestotrotz kommt er jetzt in die Crafting-2-Kiste. So, und dann, ja, Lagerungen sind im Durchlauf. Gummiriemen können wir dann auch morgen früh machen. Ja, das geht alles. Ich gehe mal pennen. Gehen wir ruhig in den Stall zurück. Es ist kalt und dunkel. Und vor allem Zeit fürs Bett.